Ich grüße dich von Herzen, du wundervolle Seele. Schön, dass du hierher gefunden hast, entweder wieder aufs Neue oder auch zum ersten Mal. Schön, dass du da bist hier auf dem Kanal. Raise your frequency, erkenne dein Licht. Ja, und weil Musik einfach so eine wundervolle Art und Weise ist, von hier oben wieder ins Herz zu kommen und weil es meines Erachtens nichts Schöneres gibt als gesungenes Gebet, die Inder nennen das Bhakti-Yoga, es ist der Yoga des Herzens, der Yoga der Hingabe, sich vollends hineinfallen zu lassen und diese süße, liebliche, zauberhafte einfach. Und durch diese Liebe, die man einfach nach außen hin fließen lässt, löst sich einfach jegliches Gefühl von Trennung auf und du verschmilzt einfach mit allem, was ist. Dieses Lied, was ich gerne mit dir singen möchte, kenne ich von meinem lieben Freund Florian Litzelfelder, einem bayerischen Plejaden, könnte man sagen. Der kommt aus dem Raum Rosenheim und wir haben mal zusammen gelegt in einer Gemeinschaft auf einem Bauernhof. Und er ist Liedermacher, Musiker, er spielt sehr gut Gitarre und hat Gesangskreise, die ich immer wieder besuche. Und er hat dieses Lied hier komponiert mit dem Namen wäre Danke, das einzige Gebet. Viel Freude dabei. Danke an Florian. Und er hat mir auch die Erlaubnis gegeben, es weiter zu teilen, worüber ich sehr glücklich bin und du bestimmt gleich auch, wenn du es gehört hast. Ja, viel Freude. Bist herzlich eingeladen mitzusingen. Der Text ist ganz einfach. Wäre Danke das einzige Gebet, das ich spreche. Es wäre Danke, 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 danke. Danke, 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 es wäre genug. Ich bedanke das einzige Gebet, das ich spreche, es wäre genug. Ich bedanke das einzige Gebet, das ich spreche, es wäre genug. Danke 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 Es wäre genug, wäre danke, das einzige Gebet, dass ich spreche. Es wäre genug, wäre danke, das einzige Gebet, dass ich spreche. Es wäre genug, jetzt lade ich dich mal ein, über dein Leben zu blicken. Und auf all die wundervollen Dinge in deinem Leben zu schauen, für die du dankbar sein kannst. Aber wenn es einfach nur die Luft ist, die du gerade atmest, die Sonne, die jeden Tag für dich scheint, das Wasser, was durch deine Haare fließt. Die wundervollen Menschen, die du vielleicht in deinem Leben hast, deine Familie. Es gibt so vieles, für das man dankbar sein kann, für die göttliche Liebe, die dir kostenfrei zur Verfügung steht. Für diese wundervolle Technik, die uns zur Verfügung steht, um diese Lieder einfach so miteinander zu teilen. Jetzt nochmal alle zusammen. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Es wäre genug, Ehre danke, das einzige Gebet, das ich spreche. Es wäre genug, Ehre danke, das einzige Gebet. Das ich spreche, es wäre genug. Danke dir für dein Sein und für dein Licht. Ich trage das Lied, wenn du selber Musiker bist, weiter raus in die Welt. Die Akkorde stehen hier unter dem Video in der Beschreibung und in den Kommentaren. Dann würde ich es auch nochmal reinschreiben und ja, mit dem Lied ist im Grunde alles gesagt. Auch, das ist auch nochmal ein richtiger Knüller, dankbar zu sein für die Dankbarkeit. Weil, wenn es sie nicht gäbe, tja, Liebe und Dankbarkeit und immer wieder den Fokus darauf setzen und dann ist alles glasklar. Ja, danke für dich und bis immer gleich, bis zum nächsten Video, dein Philipp, ciao. Das ich spreche, es wäre genug, Hallo? Hallo? Untertitelung des ZDF, 2020